Sarah Lombardi ist wieder Single. Wie die Beauty gestern verkündete, gehen sie und ihr Roboto wieder getrennte Wege. Was ist der Grund für das Traurige aus? Arme Sarah Lombardi. Obwohl sie und ihr Roboto so glücklich miteinander schienen, geben sie ihrer Liebe keine Chance mehr. So verkündete Sarah gestern in ihrer Instagram-Story, dass sie wieder Solo durchs Leben geht. Doch warum? Wie Sarah noch im Sommer geben über Pumiflasch verriet, war Roberto ihr absoluter Traummann. Auch die Tatsache, dass Sarah durch ihren Beruf ständig unterwegs ist, schien Roberto nicht zu stören. So berichtete die Beauty. Mein Freund versucht, mich immer dann zu sehen, wenn es geht. Der kommt am Wochenende immer zu mir nach Bremen. Auch während Duncan und ICE oder das Supertalent gab. Roboto sein Bestes, um Sarah zu unterstützen. Ich finde das schon schön und das tut mir auch gut, verriet Sarah. Doch konnte die Beziehung dem Stress etwa doch nicht standhalten? Zumindest Sarahs Ex-Pietro Lombardi ist für sie in dieser schwierigen Zeit da. Ich kann sagen, ich wünsche Sarah nur das Beste und Irgendwann wird der richtige Partner kommen, erklärte Pietro nach der Trennungsverkündung via Instagram. Ob Sarah jetzt erstmal Solo durchs Leben gehen will, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie diese stressige Zeit schon bald hinter sich lassen, kann und vielleicht im neuen Jahr mehr Glück mit der Liebe hat. Wir drücken ihr dafür jedenfalls die Daumen hoch, so kennen wir Sarah ja gar nicht. Ich bin ich mir sicher, dass sie zufrieden sind. Untertitelung des ZDF, 2020